Das hier ist die neue Villa von meinem besten Freund in Minecraft. Und hinter diesem Baum, ja, ist ein Panzer. Und genau von diesem Panzer stehe ich. Und das ist nicht nur irgendein Panzer, er funktioniert auch. Und ja, mein Freund ist nebenan im Zimmer. Und wenn er das mit kriegt, rastet er komplett aus. Aber ich habe eine Überraschung, die ich ihm am Ende geben werde. Und die macht alles wieder gut. Okay, wir schießen in drei, zwei, eins und... Oh Gott, oh Gott. Seine gesamte Villa ist gleich weg. Oh Gott, oh Gott, schieß schneller. Wir müssen mehr kaputt machen. Was ist das für ein Müll? Was ist das für eine Scheiße? Was bist du eigentlich für ein Spacken? Kann man nicht dich einmal fünf Minuten alleine machen? Und du machst wieder so... Oh, nee. Digga, hast du einen Panzer runtergeladen? Ich habe einen Panzer. Dein gesamte Villa ist kaputt. Junge, mein. Junge, weißt du, wie lange das die Brau weg ist? Ich habe eine Überraschung. Ja. Digga. Oh, like, gibt es das nächste Mal einen Schuss mehr? Das ist meine Entschuldigung, ja? Ist das okay? Ist das okay? Okay.